ah guck mal Leute wie der ist AHA Wie lange darf denn Match Ah So jetzt habe ich erstmal wieder gefarmt so Baut ich meine Basis OAH Wißt du das? AHAA AWA Wow du hast meine Basis zerstört Das riecht nicht Das lachst du nicht kaputt, du hast meine Farbe. Ja, das ist ja gerade das Lustige. Hi Leute, willkommen zurück zu Ace of Spades. Ja, es geht mal nach langer Zeit wieder weiter, weil ich einfach in Skype geschrieben habe, dass ich mit jemandem aufnehmen möchte. Und dann habe ich Tesi gefragt und es ist mich mit Tesi auf, ne, na? Ja, mhm. Ja, und jetzt geht es mal wieder weiter, nach langer Zeit, Mensch. Ich habe wieder eine neue Waffe reingetan, aber die sieht scheiß aus. Und die Map legt immer noch bei mir. Bei mir auch. Nicht mal bei der Hälfte. Also ich habe auch noch nicht mehr die Hälfte. Und, ähm, also nehmt es mir nicht übel, wenn ich ein bisschen müde klinge, also. Ich bin erst aufgestanden und hat Tesi mich gleich angerufen. Ja. Grünes Team? Ja, mal gucken. Ich muss erst mal, ja, okay. Grün, dann nämlich die Waffe. So, wo bist du? Okay, schicke Map. Moment, bist du das? Nee, bist du nicht. Das ist ja Paintball. Ich stehe gerade auf einem Baum. Das ist ja wie Paintball. Ah! Oh mein Gott, wie man stiert. Ja, also ich gehe gerade auf Bäumen. Die Waffe sieht irgendwie voll schlecht gemacht aus. Kann das sein, guckt euch die mal an. Oh! Da steht voll so ein Pixel ab. Wo bist du? Aber die Zielvorrichtung ist ganz cool. Ich gehe gerade nach vorne. Die Map ist ja ganz schön dunkel. Kann ich einen mit der Schaufel braten? Ach, du bist in meinem Gegnerteam, oder? Du bist in meinem Gegnerteam, ja. Ich bin blau, äh, grün. Ja, aber manchmal wird das automatisch gewechselt, dass du in einem anderen Team bist. Und wieso tötet ich blaue Leute? Ja, weil du deine Freunde tötest, glaube ich. Was? Ich töte Freunde? Ja. Lol! Wieso töten alle blauen Leute? Achso, nee, ich glaube, das steht dann, oder? Nee, weil ihr euch gegenseitig tötet, glaube ich. Man hört mich selber. Aha! Man hört mich bei dir. Jetzt nicht mehr, oder? Nö, jetzt nicht mehr. Alle töten sich gegenseitig bei meinem Team. Nee, ich glaube, das steht da einfach nur so. Oder? Oder tötet ihr euch echt gegenseitig? Ertort! Nee, nee, das steht da einfach nur so. Ihr tötet euch nicht gegenseitig. Lol! Ähm, ähm, äh, Ace of Space wurde ja upgedatet. Äh, die Server sehen jetzt auch ganz anders, wenn ihr auch mal auf die Seite geht. Und, äh, ich hab bemerkt, dass jetzt Blut hinzugekommen ist. Oh, ja. Wenn man Leute abschießt, dann gibt's jetzt Blut. Das sind die ganze Zeit. Das gab's vorher noch nicht. Ah, mein Tipe-Kammerat, das tötet mich immer. Ja. Ey, wo steht das, wie sie jemand getötet hat? Äh, bevor er überfragt, hier ist es übrigens Mädchen, kein Junge. Hm, wo? Da ist er angeschossen. Was? Was, wo steht das? Oben links steht, welche du getötet hast oder so. Okay, ich tötte einen mit der Schaufel. Bam, bam. Mit der Schaufel kann man einen tüten. Tötest du die ganze Zeit deine Folgen? Die blauen oder die grünen? Die blauen. Blaue sind deine, du musst auf die grünen gehen. Ja, aber die knallen mich ab. Sonst kriegst du keine Punkte. Na und die tüten mich. Leute, ich hab da einen gekillt, diese hab ich noch gar keine Punkte. Ich versteh's nicht. Ah, Selbstmord. Wo bist du? Wow. Ey, die tüten mich immer. Ach, da sind die. Wow. Ah. Ja, jetzt hab ich den Punkt sauber. Ey, die tüten mich immer. Ey, cool, ich hab drei Kills. Best auch von meinem Team, man. Ey, die tüten mich immer. Das ist voll unfair. Yeah, sauber getötet. Ah. Ah. Mann, mein Team tötet mich immer. Ne, das ist nicht cool. Ah, nein. Ich hab aber vier Punkte. Ich konnte vier von euch töten. Du hast vier und ich hab drei. Ich bin best von meinem Team. Denn die töten mich einfach. Die töten. Ey. Team Kamara tötet mich. Ja, aber wenn du die ganze angreifst, dann greifen die dich auch an. Nein, die greifen mich als erstes an. Cool. Ich glaub, die mögen nicht. Die will doch Frieden schließen. Von wieder Selbstmord. Ah. Hä? Oh, mein Team tötet mich schon wieder. Jetzt. Jetzt. Prat ich mit meiner Schaufel einen Tod. Warte, da ist einer. Was ist das für ein Viereck? Ich bin gleich wieder bei euch. Nein, töt ich euch wieder. Nein. So eine dreckige Lache. Ich hab einen getötet. Der war da oben. Oh Gott, scheiße. Hö. 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 Was bist du? Aua. Ich hab getötet. Nein, du sollst gar nicht cool. Nein, nö. Schon flangegegriffen. Ich dachte, du hast genau geschreit, als ich dich getroffen habe. Also eine Person. Oh. Ey. Hör. Oh. Die Teamkameraden tüten mich immer. Ich glaub, die mögen dich nicht. Hab ich dich eigentlich schon mal getötet? Nein, oder? Nö. Oh, ich hab von Hunger. Ich bin gestern um drei Uhr morgens ins Bett gegangen, Leute. Und da wurde es schon wieder hell. Also, oder um vier, um halb vier, wurde das schon wieder hell. Und dann, müsst ihr euch mal vorstellen, bei mir kommt ein bisschen Licht durch und ich konnte nicht schlafen, weil das ganze Licht bei mir durchgekommen ist. Dann konnte ich nicht pennen, ey. Jetzt bin ich arschmüde. Ey, hört auf, weil ich so tötete. Das ist uncool. Mein Team tötet mich. Sieht man doch. Blau tötet. Blau. Ich glaub, ich nenne, äh, ähm, ich glaub, ich nenne den Part, äh, äh, Team-Killen. Oder sowas. Komm, das ist unfair. Steh ab. Steh ab. Steh ab. Mann. So, jetzt tötet ich einer mit meiner Schaufel. Bom, bom. Und hört nun, bam. Volles Kloppe. Hey, die tötet mich. Ah, da ist einer. Bom, 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 bom. Ah. Du hast ja schon sechs Punkte. Ich weiß. Frau Fee, warum, warum töten sich alle gegenseitig? Ja, bei euch töten sich ja auch gegenseitig. Ich töte nur meine Partner, weil sie, wenn sie muss treffen. Nein, 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 aua. Ach, das warst du. Ich hab dich getötet. Mann. Ah, Mann. Ah, Mann. Steht ja links oben. Mann. Ah. 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 Ah, der tötet. Ah. Ah. Der tötet, der tötet, der gogo, gogo. So. Ah, ja. Ah, ich wollte mir einen Bunker bauen. So, ich brauche mir jetzt ein Bunker. Ah, ich brauche mir jetzt ein Bunker. So, ich brauche mir jetzt ein Bunker. Kannst du übrigens auf den Fighters, wenn du dann Block in der Hand hast, auf Fahrt ich weiß ein ich wollte gar nicht ein Punkt die Städte hat sich getötet ich hab mich getötet die Gämmen dann werden die Ausfragen ich habe die auch noch nie gespielt die werden alle Ecke werden ja selbst geboten also den neuen Blut-Effekt ist toll der neue Blut-Effekt ist toll, den mag ich oh mir gerade eine Base ich tötete gerade ganz viele Leute ey wie kann man Farbe wechseln, also ok Gott Partner tötet mich, ich brauche gerade den Blut-Effekt best ever 11 Punkte schon, yeah oh da ist einer aua ich hab schon 11 getötet du 12 Mist ha nur weil meine Partner mich selbst töten ey schon wieder wow du kannst übrigens auch rennen wie auf äh oft auf dem Pfeil links nach oben erstmal baue ich meine Base und du und du musst nicht wie bei Minecraft die Blöcke hoch springen, sondern die rennt automatisch ein Block hoch oh wow das ist eine Grube das ist eine Grube ah das ist eine Grube ah wo du mal schön dein Loch so jetzt hab ich erst meine Barthes wo sie ist ich werde sie denn zu stören findest du so oder so nicht in der Nähe von Wald ja ja ich finde alles beste Basis ever du wirst es nicht finden ich baue mit rotem Farbe oh hab ich mich erschrocken oh das ist gut für mein Herz äh 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 kein Ernst ja ich hab mich grad erschrocken he so so meine Basis ist fertig aber niemand kommt voll traurig oh siehst du dieses äh so ein Paket da links oder so auf der Karte so ein Herz also die beim Krankenhaus dieses Zeichen da Moment Medizin da ja immer zu Blau Medizin ok da bin ich dann cool genau fast neben auf einer kleinen Insel ich muss jetzt mal Adepacken ah ah guck mal Leute wer der ist ah ah wie lange doch denn Match ah so jetzt hab ich erstmal wieder gefarmt so baue ich meine Basis du oh wirst du das ah ah wow du hast meine Basis zu stören ha 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 das riecht nicht ha 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 das je her pf egal es ist lustig sie die 2 SO jetzt muss ich bei dieser Fahrer so ich weiß es nicht was ich was ich vor Vivier tun soll wo ich die deine Basis zerstört oder wo ich Angst bekomme, wo ich abgeschossen worden bin. Hm. Hm. Wo du meine Basis zerstörst. Ja, ich glaube, das ist auch viel lustig. Da meine Lache ist eh immer am coolsten. Hey, das ist Wasser. Hey, da hat meine Basis besetzt. Geh weg von meiner Basis. Ah! Meine Basis! Wo ist meine Basis? Das ist mal weg hier. Eine mit meiner Schaufel überparten. Hey, ich werde angeschossen. Kommt zu wieder zu meiner Basis? Nein! Hast du mich getötet? Nee. Hast du mich getötet? Nee, hast du mich getötet? Nee, hast du mich getötetet? Nee, hast du mich getötetet. Ah, bist du bei meiner Basis? Ja, ich wollte gerade was hinbauen. Ach, dann warst du so, dass ich getroffen. Und nicht getötet, leider. Ja, ich wollte gerade was hinbauen. Oh, 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 ah! Was, was pink ist. Ja, dann warst du's. Da ist meine Basis, ich seh's, ja. Kommst du wieder zu meiner Basis? Jo. Ey, die machen das kaputt, indem sie's anschießen. Wow. Wieso sich alle ärgern? Ey, er hat mich mit der Bratfahne überschlagen. Da ist einer von dir, ich tötete meine Kollegen, oder? Nee, lebst du noch? Ey, ey, will einer mich töten? Lebst du noch? Ja, ich leb noch. Ja, ich bin ja nicht, ich bin ja schießen, ich bin ja. Ah, äh. Nee, das war so gar nicht, das war so gar nicht. Ey, die töten mich immer so, jetzt. Ey, die töten mich immer so, jetzt. Ich bin nicht, ich töte meine Partner. Und ich würde mal sagen, äh, wir haben es auch in Folge aufgenommen. Ich bin 14, du hast 15 Mist. Ich hab, äh, ja, ich bin besser zu, ja, man wollte ich gar nicht, ja, cool. So, ja, dann sag mal tschüss, ich danke euch fürs Zuschauer, die sind's beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Ciao.